Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming und liebe PC-Freunde, mein Name ist Sirius und heute gibt es ein erstes Video zum Asus Apex Mainboard. Und das ist eben ein neues Mainboard aus der aktuellen Maximus 9 Reihe. Das Besondere daran ist, das richtet sich vor allen Dingen auch an Leute, die gerne übertakten, denn damit lässt sich der aktuelle Kaby Lake Prozessor wie der i7-7700K mühelos auf 5 GHz betreiben. Vielleicht wart ihr am Wochenende auch auf der Dreamhack in Leipzig, denn dort war ich mit Asus vor Ort, um mehrere Asus-Hardware-Shows zu moderieren und es gab auch insgesamt zwei Overclocking-Shows am Samstag und am Sonntag, die auch beide live ins Netz gestreamt wurden. Wenn ihr da Bock drauf habt, die von Samstag findet ihr auch in einer langen, viereinhalbstündigen Version auf meinem Kanal. In der letzten Stunde findet ihr halt die Overclocking-Show, die mit Dan Kopp stattgefunden hat. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken und eventuell taucht das jetzt gerade hier links oder rechts oben auch nochmal als Erinnerungsstütze auf. Ja, und dabei ging es in dieser Overclocking-Show eben darum, wie man den aktuellen Kaby Lake Prozessor, der jetzt brandneu auf dem Markt ist, möglichst straight und gut übertakten kann. Bis dato war es ja so, dass die 6700er Modelle zum Beispiel sich nicht so richtig gut übertakten ließen und da doch einiges zu wünschen übrig blieb. Und mit der neuen Kaby Lake Generation, die eigentlich eher so ein Refresh des Vorgängers ist. Also wenn man jetzt von 6700K zu einem 7700K einmal hin und her schaut, ist da eigentlich von der Architektur und von der grundsätzlichen Geschwindigkeit, wenn man später FPS in Videospielen vergleichen würde, kaum ein Unterschied. Der große Mega-Burner-Unterschied ist eben, dass sich Kaby Lake diesmal absolut hammermäßig und das wirklich problemlos auf 5 GHz übertakten lässt. Wir haben es dann in der Show sogar ein bisschen sehr übertrieben und DanCop hat das Ganze dann mit flüssigem Stickstoff so weit heruntergekühlt, dass der 7700K dort live auf der Bühne sogar mit 7,1 GHz lief. Aktueller Weltrekord ist über 7,3 GHz unter sehr speziellen Bedingungen. Es wurde auch erwähnt, dass man mit Helium noch tiefere Temperaturen erreicht, wo man dann noch krassere Werte rausholen kann. Aber so für mal straight mal eben 7 und 7,1 GHz auf der Bühne zu erreichen, war schon ziemlich nice. Aber das sind natürlich Dimensionen, in denen sich der normale Nutzer eigentlich gar nicht bewegt. Für uns geht es ja mehr darum, wie lässt sich ein aktueller Prozessor möglichst schnell betreiben, ohne dass er irgendwie Schaden nimmt. Also wirklich ein 24-7 Profil sozusagen. Und selbst dieses ist auf dem Apex Mainboard schon mal vorab angelegt. Die Frage, ob man zum Beispiel jetzt von einem 6700 auf einem 7700K aktualisieren sollte, die stellt sich für mich vorweg eigentlich gar nicht. Aber das liest man am häufigsten immer, wenn man so Facebook-Kommentare und irgendwie so zu dem Thema reinschaut, dass man sagt, Mann, das sind ja nur irgendwie wie viel Prozent schneller und so. Darum geht es grundsätzlich gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einen älteren Prozessor hat, der vielleicht drei oder vier Jahre alt ist, also drei, vier Generationen übersprungen hat, dann wäre es vielleicht jetzt der richtige oder in einem sehr interessanten Moment zumindest, auf eine neue CPU-Generation umzusteigen. Denn hier und da ist es ja wirklich immer nur so ein Refresh und man weiß, okay, es gibt halt zehn Prozent mehr Leistung, aber mit 5 GHz ist das schon ganz ordentlich diesmal. Das Apex Mainboard ist auf jeden Fall so ein krasses Overclocking-Modell, bei dem auch manche Standard-Features, wie wir sie vielleicht von Gaming-Mainboards kennen, sogar gestrichen wurden. Und zwar gibt es hierbei nur, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Bild schon erkennen kann, gibt es insgesamt nur zwei DDR4-RAM-Bänke, wodurch ihr zwar sie mit zweimal 16 GB auch 32 GB erreichen könnt, wobei im Normalfeld für Gamer reicht normalerweise immer zweimal 8 aus. Nur der Hinweis dazu. Aber wenn wir jetzt das Modell sehen, was hier gerade im Hintergrund läuft, das wird mit einem X99 betrieben, da habe ich ja sogar acht Module verbaut. Also hier ein sehr spezieller Fall mit nur zwei RAM-Bänken. Das wird eben deshalb benutzt, weil sich zwei RAM-Bänke fürs Overclocking noch besser eignen, da sich die RAM wohl noch besser übertakten lassen und die mit ihrer nahen Anwendung zur CPU irgendwie noch schneller laufen. Wir haben hier ein weiteres Detail, das gucken wir uns gleich mal noch aus der Nähe an. Das sah ein bisschen aus am Anfang wie so ein DDR3-Slot oder so. Ist aber eine ganz interessante Geschichte, denn dort lässt sich ein zusätzliches Modul von Asus installieren, auf den man dann zwei M.2 SSDs laufen lassen kann. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal den Karton, um mal einen ersten Blick drauf zu werfen. So sieht das Ganze aus. Vermutlich, falls ihr euch für das Bond interessieren solltet und das Zuhause auspackt, sieht das ein bisschen anders aus, denn wir haben diese Einheit ja hier schon auf der Dreamhack benutzt. Das ist der DIMM.2 Connector, mit dem wir quasi zwei M.2 SSDs laufen lassen können. Die werden halt senkrecht auf das Board gepackt und Asus verspricht sich dadurch eine besonders gute Kühlung, da die diesmal dann nicht im Bereich der Grafikkarten verbaut sind, wie das normalerweise üblich sind, nicht so nah am Mainboard liegen und dadurch, dass sie in RAM-Nähe sind, eigentlich mehr im Airflow stecken. Und was auch noch möglich wäre, dadurch, dass das Ganze hier eine RAM-Bausteinform hätte, könnte man auch einen extra RAM-Kühler nochmal oben aufsetzen, wobei ich persönlich denke, dass das gar nicht möglich sein wird. Ganz interessant ist, wir können die halt auch hier im RAID 0 laufen lassen, also eine unheimlich schnelle Geschichte und ich werde auch in den Tagen zwei der neuen MP500 M.2s von Corsair erhalten und das Ganze dann mal für euch testen. Ich hoffe, das klappt noch im Laufe der Woche. Eine weitere Besonderheit sieht man vielleicht bei der Form des Mainboards, und zwar soll das so ein X-Shape darstellen, das bedeutet, das Mainboard hat diesmal so Auskantungen, was man normalerweise eigentlich nicht vorfindet, dass wir hier solche Aussparungen hätten. Also zum einen ist es natürlich so ein designtechnisches Ding, ich war aber wieder direkt mit den Gedanken dabei, dass man dort eventuell auch noch den einen oder anderen Kabel ein bisschen dezenter vorbeiführen konnte, fand ich jetzt nicht schlecht. Also ich glaube, so in der Ansicht sieht man auch schon relativ deutlich, das eher ungewöhnliche Design mit den zwei RAM-Bänken. Grundsätzlich würde ich auch hier eher eine einzelne Grafikkarte einbauen, also in meinem Betrieb wird da vermutlich eine einzelne GTX 1080 drin laufen, dann eben zwei RAM-Riegel und diese beiden DIM-Slops. Ich setze ihn einfach mal kurz ein. Ich halte es mal einmal so rum, dann ist es auch richtig rumgebrandet, und zwar funktioniert das eben genauso wie bei den RAM-Riegel, hat hier oben auch nochmal so eine DIM-2-Kennzeichnung extra mit so einer kleinen Aussparung. Also da ist es auch nicht möglich, irgendwie einen RAM-Riegel reinzusetzen und sich zu vertun. Setzt sich im Grunde genommen genauso hinein, wird dann eingerastet und eben hier, und auf der anderen Seite sind dann eben die Möglichkeiten, die M.2s Festplatten zu verbauen. Wer das nicht kennen sollte, das ist eigentlich eine noch wesentlich schnellere Festplatten-Variante als die Standard-SSD und ist zumal wesentlich schneller, ist hier eine ganz interessante Geschichte, da die M.2-Festplatten keine Lanes von den Grafikkarten wegnehmen, sondern direkt über den Z270-Chip angesteuert werden. Also eine sehr, sehr schnelle Anbindung, ohne der Grafikkarte irgendwelche Leistung zu klauen. Damit das Ganze natürlich maximal schnell sein wird, werden wir den folgenden Prozessor einbauen. Dafür muss ich dann nochmal in den Karton schauen. Es gibt einige Aufkleber dabei. Es gibt einen Asus-Bierdeckel. Es gibt natürlich User-Guide, CDs, Bedienungsanleitungen, Treiber und so weiter und so fort. Es gibt eine ROG-HB-Bridge, also wenn ihr das Ganze in SLE betreiben wollt. Das ist halt eben die bessere Bridge, wenn man so will. Die lässt sich auch nochmal individualisieren durch diesen ermöglichten 3D-Druck für das Board. Habe ich ja am Wochenende eine Menge darüber berichtet. Und was wir jetzt hier sehen, beziehungsweise was ihr noch nicht seht, aber was ich jetzt hier in der Hand habe, ist eben der aktuelle Camilake 7700K. Und das Besondere ist, wer hat die Show am Sonntag gesehen? Der kann das jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Das Besondere an dem Chip ist jetzt, der ist geköpft. Was bedeutet das aber jetzt, wenn ich sage, dieser Camilake 7700K wurde geköpft? Das bedeutet ganz einfach, dass dieser vernickelte Kupfer-Heatspreader, der hier oben drauf sitzt, also quasi diese Fläche, auf der wir normalerweise unsere Kompaktwasserkühlung setzen oder unsere Luftkühlung setzen mit Wärmeleitpaste, die wird von der eigentlichen CPU gelöst, so, dass wir quasi das Ganze auseinandernehmen können. Und das sieht dann ganz einfach so aus. Also so sieht eine CPU von innen aus, wenn man denn so will. Jetzt müsst ihr mich aber nicht für verrückt halten, dass ich jetzt diesen aktuellen und auch nicht gerade günstigen Prozessor auseinandergenommen habe, sondern in der Tat kann man vielleicht sehen, innerhalb dieses Hitzeverteilers, wenn man denn so will, ist halt ganz einfach Wärmeleitpaste aufgebracht. Und die ist auch so ein ganz klein bisschen noch hier rauf gelandet. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist nach den Köpfen, dass wir beide Teile richtig ordentlich säubern und das Ganze, was hier aufgetragen wurde, durch eine wesentlich hochwertigere Wärmeleitpaste ersetzen. Dann setzen wir das Ganze wieder zusammen und dann wird das entweder von einem Rahmen gehalten, den es hier beim Mainboard mit Inklusive gibt, oder man kann das wahlweise auch wieder verkleben. Und ganz einfach durch dieses Köpfen und durch diese innen aufgebrachte, innen aufgebrachte, verbesserte Wärmeleitpaste, ergeben sich wesentlich bessere Temperaturen für die CPU. Und wer sich damit so gar nicht auskennt, mal ganz pauschal gesagt, wir lassen diesen Prozessor schneller laufen, dafür benötigt er mehr Spannungen und durch das schnelle Laufen und die höhere Spannung wird er heißer. Und es macht nichts anderes, einen Prozessor kaputt, als Hitze im Grunde genommen. Beziehungsweise die Spannung und die daraus entstehende Hitze kann der CPU im Grunde genommen schaden. Und dadurch, dass wir diesen Vorgang gemacht haben, dass wir ihn hier geköpft und auseinandergenommen haben, das ist ziemlich spektakulär, denke ich jedes Mal wieder, wenn ich das sehe. Dadurch ermöglichen wir eben, ich pokere jetzt mal hoch, bis zu 30 Grad weniger an Hitze. Also das heißt, wenn ich eine ungeköpfte CPU vielleicht schon auf 90 Grad hochgetrieben habe, läuft dieser jetzt hier im selben Betrieb vermutlich bei 60 Grad und lässt sich dadurch wesentlich stabiler mit wesentlich höheren Taktgraden betreiben. Also ich mutmaße jetzt mal, geköpft mit einer guten Wärmeleitpaste, mit einer guten I.O. Wasserkühlung, wie ich jetzt zum Beispiel die Corsair H110i werde ich hier draufsetzen. Vielleicht kriegen wir auch 5.1, 5.2 im Dauerbetrieb hin. Das wäre aber echt krass, aber vermutlich werden wir zunächst mal das Fünferprofil benutzen, was auf dem Mainboard schon von dem Bauer hinterlegt worden ist. Meine Wärmeleitpaste ist bestellt. Ich habe mal zwei Stück geordert, die werden vermutlich morgen oder übermorgen eintreffen und dann sollte eigentlich so zum Ende der Woche das Ganze auch verbaut werden. Vielleicht baue ich das erstmal extern des Gehäuses ein, um Temperaturen zu checken, um beide Wärmeleitpasten auszuprobieren. Habe ich selber auch noch nicht gemacht, aber ich bin extrem angefixt worden durch diese Overclocking-Show. Da war es halt noch so, dass hier ein Topf draufgesetzt wurde und mit flüssigem Stickstoff wurde der Prozessor auf minus 185 Grad gekühlt. Ganz interessante Geschichte. Die RAMs wurden nebenbei mit einer 2100 Grad heißen Flamme immer wieder auf mindestens 15 Grad gebracht, weil die RAMs halt sonst ganz einfach die ganze Sache schließen und ganz einfach durch diese ganzen Geschichten, die ich da kennengelernt habe und wo ich eine Menge neu dazugelernt habe, bin ich jetzt selber extrem daran interessiert, das Ganze mal mit einem geköpften Prozessor zu übertakten. Ja, ich hoffe, der erste kleine Eindruck hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Mehr gibt es auf jeden Fall in den nächsten Tagen dazu. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr selber Erfahrung mit Köpfen oder Übertakten habt, könnt ihr mich das gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Ansonsten gerne noch Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.